Ja! Ja! Weg! Okay! 3 Meter Abstand! 2, 2! Hallo! Hallo! Ah! Ja! Jede gute Party und es ist eine verdammt gute Party bis zum herzigen Zeitpunkt. Als alte Freunde des Kräutigams, wir kennen Hupe seit wir 14, 15 sind, waren wir natürlich gezwungen was zu machen und nach einer Überlegung und wirklich tiefgehenden ja, ist uns nichts eingefallen. Wir haben dann weiter geforscht und haben dann versucht, wirklich was Tolles zu machen. Es ist uns leider nichts eingefallen. Wir haben dann tausend Videos angeschaut von Hochzeitssachen, die alle toll waren, aber die hier nicht gepasst hätten. Weil wir müssen einfach was Besonderes bringen, dass wirklich die Party jetzt crasht und zur späteren Studie und wir können es verstehen, wenn jetzt jeder nach Hause geht, weil er sich denkt, nee, das machen wir jetzt eigentlich hier echt nicht und muss nicht sein, machen wir jetzt noch eine kleine Performance. und ich möchte mich jetzt schon im Namen meiner Eltern entschuldigen, dass das, naja, ihr werdet sehen und mich danach verstören. Fantasie ist es, die unserem Leben eine Richtung gibt, die uns unsere Zukunft erahnen und die geheimsten Wünsche im Traum wahr werden lässt. Jeder von uns braucht Fantasie, um sein Leben lebenswert zu machen, denn ohne Vorstellung wehen wir herum wie ein Blatt im Wind. Aber was braucht man, um die Fantasie Realität werden zu lassen? Es ist die Magie, die in jedem von uns steckt. Der Wunsch, sich zu veröffentlichen und seine Zukunftswünsche wahr werden zu lassen. Es ist die Gabe, im Inneren ein Kind zu bleiben, denn Kinder können auch staunen. Versuchen wir, uns das Staunen zu erhalten und werden die Fantasie real erleben. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam staunen über die Wunder, die vor Ihren Augen passieren. Hier ist Lustig für Lust der Piano. Die Fantasie Die Fantasie Die Fantasie Die Fantasie Die Fantasie Die Fantasie Musik 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 Ja, machst du's toll? Ja, machst du's toll? Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich muss immer mal sein. Na ja, das ist ein Moment. Zahra! 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 Game of Thrones Ich liebe die Serie Game of Thrones Aja, ja. Den Yen, den Jeraus. Aja, ja. Ja, der ist die Rolle. Aja, ja, ja, ja. Ja, ja. Aber die Hildspartner. ốc Das war's für heute. 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 Das war's für heute.